Dürfte doch kein Problem sein, wenn ich... Und, okay, du kannst hochspringen. Du hast einen dummen Schild, der einfach nicht weggeht. Ja, okay. Ne, dein Schild ist scheiße. Dein Schild mag ich nicht. Alter. Arschloch. Ich hab voll gegen den keine Chance. Wie viel Energie hat der? Äh. Okay. Hör auf mit dem Scheiß. Ich kann den so gut wie nie treffen. Alter. Na, 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 na. Ganz echt, ich kann den so gut wie nie treffen wegen seinem dummen Schild. Dieser Schild ist so assi. Ich merk das jetzt schon. Dieser, dieser Schild, den der hat, der ist so, so Hurensohn. Mach den scheiß Schild weg. Mach die Krabben weg. Ich hab euch gar nicht zerstört. Geht mir nicht auf den Piss. Das Spiel fuckt mich jetzt schon ab, Mami. Mit was blinzelnst du mir da eigentlich zu, du Vieh? Habe ich dem gerade einen Balken schaden gemacht. Okay, ich will seine dumme Stachelattacke da triggern. Dann kann ich ihm schaden. Okay, die will ich triggern. Gut, gut, gut. Au. Die will ich... Fick dich! Nö. Die kann ich am besten triggern, wenn das Wasser hoch ist. Und wenn das... Okay. Fick dich! Ich krieg dich! Ich krieg dich! Komm! Du bist eigentlich nicht schwer. Du springst ja immer so hoch, wie dein Wasserlevel da ist. Das kann mir egal sein. Okay, die springt dann auf mich zu. Ja, mach doch. Was? 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 Wie? Was? Wieso was? Äh... What the fuck is wrong with this game? Dieses Spiel fuckt mich jetzt schon ab. Wieso? Komm her, du Vogel! Oder Krabbe! Trigger doch... Nicht springen, triggern so und... Batz! Oh, mir egal. Scheiße, dumm! Das war jetzt recht dumm. Ich will seine dumme Krabbenattacke da triggern. Und das möglichst nicht... Hey! Du Arsch! Fick dir! Was? Ich schieße dir in den Rücken und du... Das macht nicht mal Sinn, Junge. Du machst nicht mal richtig Sinn. Da, da schon wieder! Nee! Du darfst doch gerne auf deine dumme Blase verzichten. Äh, ich wollte gerade sagen, habe ich den jetzt irgendwie geglitscht oder so? Ja? Äh... Ja? Ja! Was? 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 Was ist das denn jetzt schon wieder für eine abgefuckte... Krabben-Scheiße? Nein! 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 Was ist das? Hahaha! 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 Was ist denn los mit diesem Spiel? Wie viel? Der dreht da durch! Wie die alle durchdrehen! Kabel... Schwamm! Ohoho! Ohoho! Du siehst so pervers aus! Uuhh! What the fuck is wrong with this game? Wow! Willkommen in den Tropen! Mit Überfröschen! Alter! Frotz, 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 frotz! Unnötig irgendwie... Was haben die gerade überhitzt? Vielleicht ist da in einem der Dinger was drinne, wer weiß! Oh Gott! Okay, das mit dem Wind hier ist... Wow! Wow! Oh wow! Alter! Ich habe bislang noch nichts geschafft! Sehr interessant! Moment! Ist da unten was? Da unten ist sogar was! Einmal Energie und einmal... Eine geschlossene Tür! Sag mal, wie viele unnötige Wege gibt es in diesem Spiel? Eine abgeschlossene Tür, ein leerer Raum! Was denn noch? Ganz ehrlich, Spiel? Wieso? Warum überhaupt Gegner reinpacken, wenn die eh durch den Boden fallen? Uuhh! Hör auf damit! Gewittert das! Oh, ich kriege Krämpfe in der Hand vom Spiel hier! Was? Das ist ein fehlgeschlagenes Suvaku-Experiment! Alter! Fick dich! Ich will hier nur noch weg! Oh! Ja, von mir aus! Das scheint ja hier wenig zu machen! Danke! Aber ich habe auch so schön wenig Leben! Ich hatte so viel! Und das hat dann natürlich jetzt alles zu Hause gelassen! Meinen aufgeladenen Buster hatte ich! Ich hatte 8 Waffen zusätzliche! Habe ich alles nicht mehr! Weil Megaman sich denkt, lass ich zu Hause! Brauche ich nicht! Brauche kein Mensch! Gut! Ich habe zwei Stages, wo ich weiß, dass die Bullshit sind! Einmal von unserer dummen Pisskrabbe hier! Von unserem Mr. Krabs! Und einmal von dir! So, was zur Hölle bist du jetzt? Okay! Du kannst Penisse spawnen lassen und du machst enormen Schaden! Wieso? Du kannst ihn nicht hier hochwerfen, oder? Nee, kannst du nicht! Okay! Ich wollte gerade sagen, springst du? Äh! Würdest du runterkommen? Cheapass Motherfucker! Du kommst natürlich dann genau runter! Du bist ein Arsch! Alter! Dieses Spiel... Ja, genau dieses! Liegt mir jetzt schon auf den Sack! Der erste war so leicht! Und im zweiten habe ich mir gedacht, nö! Fuck off! Hardcore-Mode aktivieren! Nimm diese kleinen Penisse da weg, ey! Die können... ...an der Wand sein! Und die drehen sich auch noch immer zu mir! Das ist irgendwie widerlich! Ach, das kannst du auch noch! Schieß in die richtige Richtung, dann reden wir weiter, Mann! Ach, das ist ja auch noch so ein Penis! Boah, Alter! Die Range von dem Ding ist auch unmenschlich! Natürlich! Fick dich! Mach gefälligst was anderes! Wobei... Mach weiter so! So gewinn ich! Du kommst genau da runter, du Arsch! Was machst du denn und dann holst du dir einen runter? Hast du mich gerade getebackt oder was? This game is fucking me hard! Ich kann keinen von den Pennern besiegen! Die sind im Grunde simpel! So schaffe ich die nicht! Geht der in meine Richtung! Weg, ihr Penisse! Oder schießt der die random! Ja, mach... Das darfst du ruhig weitermachen! Aber bleib mir weg mit deinen Pflanzenpenissen! Ja, fucking disgusting! Ja, komm, mach das! Mach das! Mach doch, du Pansen! Ja... Die krieg ich damit locker zerstört! So, die geht noch leicht down! Jetzt holst du dir einen runter! Sehr schön! Freut mich! Was hast du vor? Du bekommst selber so einen! Ich will gar nicht wissen, wie viel Schaden der jetzt macht! Jetzt ist er auch noch Strom geladen! Er ist ja nun mal ein Kabelsalat, ne? Mein Penis approves! Penis! Fick dich, Mann! Fick dich, you going down, bitch! All in one, mother fucker! Wie soll explodiert der Blow? Don't care! BAU! BITCH! Gummibärne! Oh, Gummibärne! Brauche ich jetzt! Du bekommst... Du bekommst... ...Strike-Chain! Ich bekommst du eine sinnvolle Weapon! Danke viel! Oh Gott! Komm! Was bist du? Flamestack! Und was ist das hier? Ach komm! Weißte! Oh, fuck. Eine Taramite? Eine Taramite? Moment mal. War hier nicht vorhin die Cutscene? My pain is approved. Och, hier haltet er süß viel aus. Moment, ich will einmal sterben, bitte. Darf ich einmal sterben? Darf ich sterben? Ich will sterben. Sterb, man. Ich will sterb, man. Weißt du so. Dann sei es einfach, ich brauche hier die Health. Ich brauche die Leben. Ich brauche Leben. So, komm. Jetzt aber. Magma der Miete. Ich kann dich nicht zuordnen. Ganz ehrlich. Lecker. Aber kein einziges Upgrade. Nichts gefunden bislang. Das ist doch... ...sehr produktiv. Komm, dein Geblinke... ...hat mich berührt. Fick dich. Ganz ehrlich. Nö! 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 Fick dich. Ganz ehrlich. Gleich das wieder? Was ist das für ein nutzloser Scheiß? Oh nein! Hä? Vielleicht dich kaputt machen? Das sind mir die liebsten Blöcke. Das ist ja. Vielen Dank.